Hallo Leute, wir melden uns aus Swinemünde. Wir sind seit einem halben Jahr mal wieder hier, müssen die Ruhe genießen und entspannen. Wir suchen uns jetzt erstmal was zu essen und dann zeige ich euch mal unser Hotel nachher. Musik 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 » « So, Frühstück am Start. Eine Ewigkeit später. Hier, der Benz sicher gepackt, der Tiefrehrerse. Auch nicht schlecht hier. Der ist auch gut hier. So, wir waren jetzt eben noch ein bisschen auf dem Markt unterwegs. Jetzt geht's zurück zum Auto und dann Richtung Heimat. Bis zum nächsten Vlog und haut rein. Bis zum nächsten Mal.